Wir konzentrieren uns im Wesentlichen auf die drei Kernpunkte unserer Philosophie. Wir haben kompetente, gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiter. Wir versuchen ein sehr, sehr individuelles, auf unser Unternehmen zugeschnittenes Sortiment zusammenzustellen. Und wir leben täglich unsere Servicekultur, die sich auch über Jahrzehnte entwickelt hat. Schuhe spielen mittlerweile eine sehr große Rolle bei uns im Haus. Sie machen mit Taschen zusammen mittlerweile fast zehn Prozent unseres Umsatzes. Und wir machen das Geschäft jetzt seit knapp 20 Jahren und es macht uns sehr viel Freude. Wir machen gute Umsätze, erzielen hohe Deckungsbeiträge betriebswirtschaftlich gesehen. Also wirklich eine sehr, sehr wichtige Abteilung, ein sehr wichtiges Feld mittlerweile für uns. Und deswegen sind wir sehr zufrieden mit unseren Schuhumsätzen und allgemein mit den Schulen natürlich. Wenn man Handel betreibt, steht man täglich vor Herausforderungen und nicht von ungefähr kommt auch der Satz Handel ist immer Wandel. Heute stellt uns natürlich die Digitalisierung mit all ihren Facetten vor große Herausforderungen. Wir haben da aber keine Angst vor und das hatten wir noch nie. Wir müssen an unserem Standort die Konjunktur immer selbst schaffen, weil in einem kleinen Ort mit 5000 Einwohnern 9000 Quadratmeter mit Mode und Lifestyle zu bespielen ist eine Herausforderung. Aber an Herausforderungen wächst man und Herausforderungen machen auch Spaß. Ich denke wir haben in gewisser Weise sehr früh verstanden, dass wir eine Schuhabteilung nicht so führen können wie eine Modeabteilung. Die Auszeichnung des Schuhkuriers ist natürlich eine riesige Ehre für uns. Ich habe da ehrlich gesagt geplättet, als wir angerufen wurden und musste dann erstmal so zwei, drei, vier, fünf Sekunden stocken und habe gedacht, wow, wir als Modehaus diese Auszeichnung, das ist natürlich super. Das zeigt uns, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, dass wir uns auch schon eine gewisse Stellung erarbeiten konnten, in dem Markt Schuhe und einfach sehr, sehr schön, dass wir hier sein dürfen. Bester Händler des Jahres 2018 ist das Modehaus Garhammer in Waldkirchen.